Ja hallo, weiter geht es mit unserer Reise von Karl Theodor von Guttenberg bis zu Otto von Bismarck. Karl Theodor von Guttenberg ist am 5.12.1971 in München geboren. Er ist mit Stefanie von Bismarck-Schönhausen 1976 geboren, verheiratet, die wiederum eine Ur-Urenkelin von Otto Eduard, Leopold von Bismarck ist. Karl Theodor zu Guttenberg ist auch ein Nachfahre von Touren und Taxis. Ich füge wieder unten die Verbindung zu Otto von Bismarck bei und auch den Link zu meinem Geniadenert-Stammbaum.